Oh, Dynamit! Oha, Alter! Ob das wohl knallt? Doch! Oh! Alter, wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! LOL! Wie geil war das denn? Oh mein Gott! Es ist einfach alles zerstört! Alter! Wie geil! Alter! Hier muss doch noch mehr lustiges Zeug gehen! Hallo meine lieben Freunde! Zu einem ganz behinderten Spiel Keine Ahnung was heißt Santas Rampage oder sowas Heute wieder mit der Prinzess Hi! Und die wird heute Santas Wohnung aufräumen Ich wünsche euch viel Spaß damit! Er ist einfach ausgeflippt, ich weiß auch nicht Und das sieht man nicht, ja Du kannst auch die Figuren irgendwie Du kannst die Hand wechseln Hier auf zwei Und dann kannst du die auch nehmen Mit links Nimmst du die und mit rechts lässt du die fallen Du kannst die auch zum Beispiel in den Ofen werfen Ganz ehrlich? Kann ich den auch hier verpacken? Ich denke mal Du musst aber langsam an die Maschine gehen Das ist doch die Maschine Ja du musst sie aber auch irgendwie anmachen dann Du musst ihn da rein nehmen und dann anmachen Okay was ist das denn für ein Ding? Keine Ahnung Biotonne Boah wie ekig das einfach nur ist Ey guck mal hier Er ist irgendwie ausgeflippt, ich hab keine Ahnung Oh Ups Wie behindert die Steuerung ist er So Na komm wir gucken mal Wo wir den sonst rein tun Das ist der Ofen ne? Boah Ich hab keine Ahnung was das ist Guck doch mal drauf Slosh Ah hier sind Putzeimer Für den Wischmob bestimmt Für frisches Wasser Kann man das nicht auf zwei wechseln? Doch auf eins Ha Na ich glaub du musst halt drauf springen Sonst fällt um Ja Ja Da ist er leer Oh toll Oh Gott da liegt in der Whiskypulle Ich will neun Hey Oh yeah Wie mach ich das denn sauber? Ach dir ist doch verdreckt Ja du musst das Ding anmachen Und dann muss ich glaub ich drauf springen So dass du das da rein tupst Auf den Eimer drauf Ja jetzt rein tupfen Nochmal Ah Ah jetzt ist der Dreckig Jetzt musst du das wieder machen Boah wie schnell das geht ey Richtig behindert ne? Was ist das denn das? Erstmal Dings wieder so machen hier Ich hab mir auch gedacht wo ich das gesehen hab Das musst du dir jetzt holen ey Boah Ach Warum Nikolaus? Warum? Ach ne der Weihnachtsmann ne? Ich glaube Gucken wir uns nochmal hier um ne? Boah guck dir das an Oh mein Gott Messer Das kann ich jetzt halt machen Keine Ahnung Das soll sich alle umbringen Die sind alle schon tot Was soll Ich weiß auch einige das nicht Also ich denk mal das Ziel ist Die Bude aufzuräumen Aber da gibt's aber schon mal ein Hast du dir die Bude mal angeguckt? Guck dir das an Guck mal selbst die Rentiere sind tot Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Er hat geschnitzelt das aus dir gemacht Ja bist du hier mit Fettibus ne? Musik Oh mein Gott ey Wie dumm Wie kommt man auf so ne Idee Boah was soll dieser dumme Eimer Ich versteh das nicht Ich will die zerhacken Tu mal Wasser in den Kamin schmeißen Das ist bestimmt lustig Das Wasser zum Beispiel Ja toll Jetzt ist alles wieder umgekippt Hups Ups Ach Ja geil Soll ich verbrenn die jetzt alle Och Du kannst ja glaub ich festhalten Und einfach mal rein tun Das auch Ich breine die Bude Ach da wo ist noch ne Seite? Mein Gott Alter wie krank einfach noch Hau 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 Die Nase ey Leute was war das denn da? Was? Hey der hat sie doch gerade bewegt oder nicht? Nein Guck mal der hat sie festgenagelt Oh mein Gott alter Nies die stecken ey Oh mein Gott Ihhh Nimm mal den Kopf und dann halt den in den Kamin rein Das sieht lustig aus Aber nicht reinwerfen nur den ganz Kannst ihn nicht hier sogar noch drehen Dass er dich anguckt Hau Hebe No ich meine ja Du kannst hier irgendwie drehen Wenn du die in der Hand hast Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich krieg auch den Staub sauber. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch volle Blutspuren. Da werde ich doch nie sauber hier. Aber du durchs Blut gelaufen bist. Hey. Warum rast du das jetzt so aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht magst du kein Blut. Die Arme sehen irgendwie aus von hier diesem... Walnut McDonalds. Von McDonalds dieser Typ. Hm. Was ist eigentlich sinnlos das Ding? Ich weiß auch nicht wofür das ist. Aua. Ich. Es darf nur da. Brennen! Tja. Kannst du uns die Gegenträden? Ja! Ich krieg dir nicht gehoben! Ja, ist so fett. Alter! Rein damit. Nervensäge. Hier liegt alles drum. Musik ist voll abgedreht. Mhm. Ich bin so ein Paarler. Ich weiß gar nicht, was oben aus dem Kamin von der Fallmarke rauskommt. Ja, dass alles mal brand wird. Oh mein Gott! Das hab ich noch gar nicht gesehen. Hm. Kann es sein, dass da immer wieder neue liegen? Nö. Es liegen ja einfach ne Hunderze. Die armen Wichtelmänner. Tja, die haben wohl nicht... ...ordentlich gearbeitet. Ich frag mich immer noch, wofür das jetzt. Keine Ahne. Das ist ja irgendwas Chemikalisches. Da ist ja dieses eine Zeichen drauf. Mhm. Mhm. Das stimmt, oder? Explodiert nicht. Jetzt, buf, alles kaputt. Oder so strahlen, Alter. Ja, guck mal, das erfährt mich aber komisch. Guck mal. Mhm. Mein Gott, guck mal, der Teufel. Ach, vielleicht kannst du damit dann den Kamin leeren. Guck, das leuchtet da unten aus. Guck mal, das so ganz komisch ist das. Mhm. Und das ist auch immer drin, scheiße. Ja, aber wenn es sich kaputt geht, hängt es die ganze drin. Ja, es geht ja kaputt. Du musst nur, glaub ich, länger einen drin lassen. Hm. Muss doch keiner wissen, dass ich hier getrunken hab, ne? Nee, besser nicht. Na. Molochdorf. Komm her, mein Kleiner. Komm. Mama hat dich lieb. Hm. Ah, die ist jetzt weg. Ach, Schmor der Hölle. Ist ja Weihnachtsmann nicht... Daraus sieht alles voll friedlich aus, da drin voller Chaos, ey. Ja, ich find's doof, dass man nicht rausgehen kann. Willst du machen, Schneeschippen? Ich weiß nicht. Oh, Dynamit! Ja, genau. Oha, Alter. Ob das wohl knallt? Ja, sicher. Doch! Oh! Boah! Alter, wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lol! Wie geil war das denn? Oh mein Gott. Wow! Es ist einfach alles zerstört! Alter, wie geil! Komm, wie die Tür ein Dings ist. Alter. Hier muss doch noch mehr lustiges Zeug gehen. Gibt aber noch mehr TNT, ne? Ja, ich weiß. Aber ich will erstmal gucken, ob's hier noch was anderes gibt. Was cool wäre, wenn in jedem Geschenk irgendwie eine andere Bombe oder so drin wäre. Das wäre cool. Eine Lampe. Eine Schlampe. Kann man den nicht raus? Nein, nicht. Scheinbar nicht. Na. Ich kann mal so'n Ding mitnehmen. So'n Ding. Ja, so'n Geweih. Oh! Scheiss Geschenk. Ja, dieses Weihnachten gibt's keine Geschenke, Leute, ne? Alter, alles liegt einfach nur in Milch rum. Boah, was muss da kommen rein? Ey! Nein! Nein damit. Hier, eine Weihnachtsmütze. Voll krass, Alter. Warte mal, ich versuch mal die Tür, obwohl so lang geht das gar nicht, ne? Warte mal, da ist auch noch eine Wuppe-Puppe, guck mal. Irgendeine Munition, wofür ist das denn? Da muss ja auch irgendwo eine Knarre rumliegen. Oh. Alter, es ist breit. Hast du das gehört? Ja. Große, ey. Kann man die Schublade öffnen? Echt? Tu einfach nur die Geschenke da rein. Heute ist es dann vielleicht so, dass da irgendwas drin ist. Da muss irgendwas bedeuten haben, die Dinger. Boah, die Mütze will er gar nicht. Ist immer schade hier, ne? So. Guck, was liegt denn da? Eine Kerze oder so, ne? Ne, auch irgendwas zum Anzünden. Da haben wir eine Kerze, glaube ich. Ja, eine Kerze. Ein bisschen Weihnachtsstimmung hier reinbringen. Du musst ja mit dem Tannenbaum da, kannst du ja auch ein Ding inswerfen. Was ist kein Tannenbaum? Doch, klar, da waren gerade noch Kugeln dran. Was soll ein Tannenbaum sein? Da bin ich beeindruckt. Nein, kann ich nicht mehr. Tu mal die großen Dinger da rein. Die großen Geschenke. In den großen Geschenken ist immer das kleinste drin. Ja, wenn es mal hier reinpassen würde, ne? Warte. Egal, ich glaube, das brinnt weg. Ist schon. Das geht, glaube ich. Da, eine Knarre. No. Oder? Aber sieht so aus. Ne, ist irgendwie ein Messgerät oder so. Ne, das ist schon eine Schroflinte. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt irgendwie Munition reinpumpen kannst. Da ist ein Monoturf Cocktails. Hm. Was ist das denn? Keine Ahnung, irgendwas Ekeliges. Ihhh! Ein Herz oder so. Aua. Was war das denn für ein Fehler, ey? Oh mein Gott. Ja, das ist... Ein Stück Fleisch, ey. Ja. Ein Stück Fleisch, ey. Wir braten es. So. Wo ist die Waffe jetzt? Da. Das Bild. Ja. Muss die doch irgendwie laden können. Tu die mal in den Ofen rannerven. So was dann passiert. Hm. Nichts. Auf geht's, Brody. Die explodieren doch, ne? Freut mich. Scheinbar. Na, warte. Finalnotiz. Mr. Claus. Kannst du das lesen von da? Schon. Aber ich kann keine. Ich kann das nicht lesen. Warte, das kannst du lesen. Ups. Ist doch egal. Spaß weg die Dinger. Scheiß drauf. Vielleicht ist das was wichtiger. Naja, hab ich mit dem nichts gehört. Oha, da hast du fast nicht unbedingt alles gesehen. Nach so einer Tappe geht man meistens selbst mal. So. Das geht ja wieder aus. Naja, ich glaub das geht auch wenn du das nachher hinschmeißt. Ich wollte damit in den Stall. Ja, das mal hin. Jetzt sind kaputt. Oh Mann, oh. Unser letzter. Lauf dir einfach mal so dahin. Das gebe ich mit auch. Oh. Oh. Jetzt explodiert das Ding. Wuh. 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 WuhOh. Wuh oh. Wuh. 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 Das ist so ein Scheiße. Ich fick euch. Ja. Warte komm wir machen die Bude jetzt mal richtig dreckig hier. Was ist denn da für ein Ding wie an der Wand? Kann man das auch irgendwas mitmachen? Warte mal. Was ist echt hier nicht? Please swipe your card. Vielleicht... Du brauchst irgendwie eine Karte oder so. Vielleicht das hier. Warte. Hm, keine Ahnung. Gut. Ich hätte jetzt noch alles dreckig machen, oder? Jetzt geht der wieder weg. Also jetzt müssen wir auch noch einschmieren. Und dass die Kinder sehen werden. Ja. Ja. War das? Ja. Gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da oben da. Und ein Abo. Ansonsten frohe Weihnachten noch und haut doch rein. Tschau.